Hallo, guten Tag! Mein Name ist Justus König oder Justus der Abenddauer, bekannt als Indianaschons der Abenddauer oder von YouTuber Indianaschons auch noch mal ein Abendfeuer. Heute ist mein neues Abendfeuer auf der Klingenburg. Hier auf dem Klingenberg am Main. Eine wunderschöne Buchrinne hier auf dem Berg. Schmerz hier auf dem Klingenberg am Main. Guter Überblick da, schön hier oben. Das ist eine schöne Buchrinne, sehr empfehlenswert unter dem Restaurant und dem Parkplatz. Und eine Schlucht, die ich selbst zu uns verwandt habe. Das ist die, wie heißt die Schlucht? Die heißt Seltenbach Schlucht. Kann man schön laufen, sehr empfehlenswert. Und da ist noch ein Mittenspfad. Und das ist hier bei Mildenbergnähe. Also wenn man von Würzburg durch den Wertheim fährt und man weiter hinter ist, kommt dann Mildenberg und nach Mildenberg und dann das hier. Klingenberg. Klingenberg. Und das ist die Klingen... 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 So was... Burg... Grüne. Ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann lass uns einschalten. Ich wünsche auch allen schönes Wochenende und so weiter. Viel Spaß beim Filmen. Und weiter. So. Das ist die Klingenburg. Hier bei Klingenberg am Main. Oden war doch diese Schlucht. Klingenburg. Oden war doch diese Schlucht, wo wir waren, Freunde. Ah, diese Schlucht, diese Seltenbach Schlucht. Und das ist es hier. Da haben wir uns eine Burggrüne. Klingenburg. Ist okay. Alles gut. ABG, alles ist gut. Das ist auch cool. Komm, wir gehen auf die Klimburg. Wohnstation. Erinnern, Stadt. An 13 April man bekam an dieser Stelle mit Panzer und Munition folgenden Jugendlichen ins Leben. Wenn du willst, kann ich später bitte noch machen, weil wir auch weggehen. Und da gute Aussicht. Schwarze Bavara? Ja. Dann ist doch da. Gott. Oh ja. Lass dich in den Ort. Ich bin nur im Berg am Eindruck. Klasse. Gehen wir mal rein in die Burg. Vorsicht. Abschlusshaar. Unbesicherte Bucke. Da war ich in die Gefahr. Gut. Gehen wir mal rein. BKENZIE Vielen Dank. So, da haben sie es noch drin gemacht. Sehr schöne Buckrinder. Sehr schöne Buckrinder, sehr schön auf dem Berg, mit einem Parkplatz, mit schönen Wanderwege, eine Schlucht, eine Sehnswürdigkeit der Schlucht und ein gutes Restaurant hier. Sehr schöne Buckrinder. Sehr empfindet hier. Und, das sagt die Cousine, was du brauchst, gell? Schön, gell? Sehr schöne Buckrinder. Sehr schön. Sehr schöne Buckrinder. Sehr schön. Sehr schön. So, von den Buchkulippen her, auf die Terrasse hier, ein sehr schöner Blick übers Tal. Wunderschön! Jetzt gehts wieder zurück zum Auto. Ach nein, ich meine zur Burg, zur Burg. Das kannst du machen. Das hier ist mein Kumpel, Ritter Rost, von der Köln-Buffine. Geht aber. Das ist eine Aufnahme. So Leute, das ist die Ende der Führung der Burgkulippen. Lingenburg, Hollenburg und Geist. Lingenburg am Main, näher in Wittenberg. Ich hoffe, euch hat die Servieterführung der Burgkulippen gefallen. Und jetzt kommen die Bilder. Also Bildervideoabspann. Danke für das Zuschauer, das Einschalten. Wir sehen uns dann nächstes Amt der Video. Schönen Abend wünsche euch noch. Schönen Sonntag noch. Und die, wo wir arbeiten müssen, neue schöne Arbeitswoche. Die Schule haben, neue schöne Schulwoche. Und die, wo wir Ferien haben, schöne Ferienwoche. Die, wo wir fahren, schöne Schulwoche. Und so weiter. Danke fürs Einschalten des Duschrams. Und ab mit dem Bildervideo. Schöne Bilder von der Buchkulippen. Jetzt. Auf. Nacht hinaus. Und das hier ist mein Kumpel Wetterost. Und das hier ist mein Kumpel Wetterost. Ich hör auf. Und dann geht's. Wo machst du das da? Ich will so. Start. Ich geh rein, mach das hier auch. Hallo Leute, guten Tag, mein Name ist Rüstos König oder Rüstos Damenhaber. Ihr kannt euch gerne schon auf meinem Youtube-Kanal Janathans nach Neuen Ampferg und heute ist das Ampferg hier auf der hochgrüne Kollenburg, Kollenburg, und da ist es, ähm, ja, das ist auf dem Marienburg, ähm, Marienberg. Heute haben wir jetzt. Ende. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern Internat. Es ist ne Burg, ganz alt, richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Es ist ihr neues Zuhause. Justus! Wer ist das denn? Hallo. Justus! Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm einer zu werden. Bist du bereit? Über Justus! In wahre Schreckenscheine zu werden. Justus macht dieses Gesicht. Das ist ein, okay? Alles Gא�mpf! Ich habe ein Kon sheep der Naturpreiste gearEST. Und Du ich glaube unsere Ein sweeten jetzt, In P flashen muss sein. fluoves geschehen. Oh nein! Muss neu so. hallo leute mein name ist justus könig oder justus der abenteurer der kanal der nattschons der abenteurer oder von youtube-kanal der nattschons auf dem neuen abenteuer und hier stehe ich in der seltenbachschlucht und der seltenbachschlucht von klingenberg am main ist hier auch die heunenschlucht da oben also hier kreuz seltenbachschlucht da hoch kommt man zum kettenplatz und das ist eine und da ist dann die heunenschlucht da habe ich auch selber gemacht aufnahme ist sehr abenteuerlich mehr zum du kommst auf ein internet kein internet sondern internet es ist eine burg ganz alt richtig abenteuerlich sie heißt burg schreckenstein es ist ihr neues zuhause justus wer ist das denn hallo justus herzlich willkommen machst du hier mit er ist kein schreckensteiner dann hilf ihm einer zu werden bist du bereit bei justus ein wahres schreckensteiner zu werden justus macht dieses gesicht so und ja 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 Das muss es sein. Das Teil der Dimension. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ende der Aufnahme Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik 1, 2, 1, 3, 4, 5 5 Freunde 5 Freunde 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 5 Freunde 5 Freunde 5 Freunde 5 Freunde Das sind wir